Flammel Schäuble, Fokusstrategie, Donnerstag, 3. Februar 2022 E. Tragung der ehelichen Lasten Artikel 246 Absatz 1 Der Ehemann kann verlangen, dass ihm die Ehefrau zur Tragung der ehelichen Lasten einen angemessenen Beitrag leiste. Absatz 2 Können sich die Ehegatten über die Höhe des Betrages nicht verständigen, so wird er auf Begehren des einen oder des anderen von der zuständigen Behörde festgesetzt. Für die Beiträge der Ehefrau wird der Ehemann nicht ersatzpflichtig.